Hi Leute, wie ihr entweder gerade gesehen habt oder gleich sehen werdet, haben wir endlich einen Dotterschleim! Oh Gott, und das komplette Spiel leckt instant, okay. Ähm, ja, was kann ich dazu sagen, es hat mich jetzt eine Woche gedauert, mindestens ein bis zwei Stunden jeden Tag zu suchen nach dem Dotterschleim und am Wochenende noch viel mehr. Und jetzt endlich habe ich ihn gefunden, yay! Wir haben den Dotterschleim in den, ähm, Regenbogen-Area hier drüben gefunden, äh, hier glaube ich. Ja, ihr werdet es eh gleich sehen oder habt schon gesehen und was machen wir mit dem Regenbogen-Schleim? Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun, nämlich den Regenbogen-Schleim in erster Linie in ein Hühnergehege packen. Dann hier ein bisschen auszusortieren, weil wir haben hier viel zu viel. Wenn hier viel zu viele Dinger drin sind, dann wird das Ganze nicht funktionieren. Deshalb werden wir das mal ein bisschen minimieren. Oh, vielleicht geben wir die einfach hier rüber. Und wir werden noch ein paar Kisten sammeln, denn auf meiner langen Tour durch die weiten, weiten, durch die weite, weite Ferne, besser gesagt, ähm, habe ich natürlich auch einige Kisten gesehen, die ich nicht gelootet habe und wir werden sie noch suchen. Jo, das ist unser Dotterchen. Was geht ab? Junk-Slime. Wir können mal gucken, was denn im Slime-Pedia steht über den Dotterschleim. Denn jetzt haben wir ja wieder alles erkundet und entdeckt, was es hier so zu entdecken gibt. Ich habe auch in der Zwischenzeit, während ich diesen Dotterschleim gesucht habe, weiß ich nicht, wie viele Glückskatzen und mehrere Gold-Slimes gesehen. Also die Wahrscheinlichkeit eines Dotterschleims ist anscheinend so gering, ich habe die Krise bekommen. Dieser Slime ist absolut das Gelbe vom Ei. Und hier gibt es auch noch so Infos, äh, falls ihr euch die durchlesen möchtet. Die gibt es zu jedem Schleim. Ähm, ja. Ich weiß, dass wir den ganzen hier im Hühnergehenge haben müssen. Und er wird dann früher oder später ein riesiges Ei produzieren. Also eigentlich nicht der Dotterschleim, sondern die Hühner. Das muss aber frisch sein, denn nur ein frisches Dotter-Ei-Schleim. Dotter-Ei-Schleim? Dotter-Ei? Egal. Riesen-Hühner-Ei. Ähm, hat Mini-Hühner und Dotter-Ei-Schleim-Plorts drin. Alte haben nur Hühner drin. Aber wir werden mal gucken, ob das denn was wird. Und da ist ein Ei. Okay. What the fuck war das gerade? Das sah ja ultra crazy aus, aber das war doch kein Riesenei. Das war anscheinend ein normales Ei. Ich habe in dem Spiel noch überhaupt kein Ei gesehen. Ja, Leute, in der Zwischenzeit, während wir warten, können wir uns natürlich noch mal ein paar Nachrichten angucken. Beatrix, ich brauche Daten von dir. Ich mache ein Experiment über die psychologische Wirkung des Erhalts von Geschenken. Bitte sag mir, welche der folgenden Gefühle du empfindest? Dankbarkeit, Freude oder vielleicht Hunger? Bitte konsumiere dieses Geschenk nicht. Blauer Teleporter. Nice. Hallo Beatrix, rate mal, wer die glücklichste Person in der Galaxie ist. Du bist es, weil du ein Geschenk von der Mochi Miles bekommst. Ich lasse das erstmal sacken. Du kannst dich setzen, wenn du musst. Wurzelbögen. Wow, wir werden so krass beschenkt. Holla, Bär. Ich habe dir was gekauft, das da draußen nützlich sein könnte. Aber wenn du schon eins hast, ich könnte es nicht umtauschen. Insofern, je mehr, desto besser. Stimmt's? Tragbares Leimscheuche. Auch nicht schlecht? Weißt du, Bär? Man sagt, die besten Geschenke kommen von Herzen. Dieses kam aus einem Laden, aber dicht dran. Richtig? Fortschrittliche Gordoffalle. Das ist ja mega nice. Hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Bob. Huhuhun ist gut. Freunden geben besser. Nein. Hühnchen. Kienz. Okay. Manchmal sind... Oh, wen haben wir übersehen? Warte, sind Bobs Gespräche ein bisschen schwierig. Oh. Hallo, Mensch. Sch. Dotter. Dotter plus Hühner ist... Hühnchen, 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 Hühnchen. Alles Dotter. Okay, das ist wohl der wegen dem Dotterschleim. Wir gucken nochmal. Es ist noch nichts passiert. Keine Riesenei. Also begeben wir uns auf die Suche nach den Schatzkapseln und hoffen danach, ein Riesenei vorzufinden. Habt ihr den Sound gehört? Und da war es. Hier ist das Riesenei mit unserem Dotterschleim. Sehr nice. Ich nehme an, wir müssen es zerbrechen. Und da haben wir auch schon... Oh Gott. Den Loot, den wir eigentlich wollen. Nämlich den... Äh... Dotterplot. Der kommt nur aus frischen Eiern, die noch leuchten. Äh, sonst kommen nur Babyküken raus. Sehr nice. Das ist eigentlich alles, was wir jemals wollten von dir, kleiner Dotterschleim. Sehr nice. Den können wir jetzt auch hier verkaufen. Ja. Oder natürlich einlagern, wie immer. So Leute, wir sind in erster Linie hier und haben eine Schatzkapsel gefunden. Sehr nice. Bemoos, der Hühnerstatue. Oh, süß. Hier, äh, Sternenlichtmarsch. Wir haben jetzt 25. Drei fehlen noch. So viele werden wir, glaube ich, nicht finden. Aber ein Try. Drei und wartet. Hier. Genau. Ich habe gewusst, hier ist auch noch ein Eingang. Jo. Da waren wir doch überhaupt nicht. Aber es sieht ursüß aus. Ah. Waren wir hier schon? Ich glaube schon, oder? Ja, ja. Hier waren wir schon. Das ist nicht mehr so neu und specialig. Aber. We did it. We did it. We did it. Yeah. Jetzt seid ihr dran. Ja. Okay, hier waren wir schon. Ja, ja, ja. Genau. So Leute, eine weitere Schatzkapsel wartet auf uns. Hier. Oben. Nämlich. Goldene Flatterstatue. Richtig nice. So Leute, wir sind hier on top auf diesen Ruinen. Goldene Hühnerstatue. Auch nicht schlecht. Wir sind hier oben drauf auf dem Gebäude. Hier. So. So. So Leute, wir sind natürlich wieder in unserem schönen Eisbiom. Das trifft sich gut von der Uhrzeit her. Denn. Hallo. Oh Gott. Okay. Verschneites Warpdepot. Cool. Wir sind auf der Map hier. Wir sind gerade hier gestanden und sind hier rüber geflogen. Und. Stimmt. Dann hatte ich das da drüben gesehen. Kann man hier stehen? Nee, kann man nicht stehen. Ich weiß noch nicht, wie wir da rüber kommen. Denn ich habe das da drüben gesehen. Ich weiß aber nicht, wie ich da hingekommen bin oder hinkommen wollte. Was habe ich mir überlegt? Gar nichts, oder? Ich wollte einfach hinfliegen. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Yes, sir. Zweite Schatzkapsel. Sehr nice. Eislampe. Oh, nice. Wir sind jetzt hier unten und sind halt von da drüber und dann hier hin geflogen. Ich weiß nicht, ob das ein smarter Weg ist. Aber I like it. Und wir sehen können, wir haben schon 17 Schatzkapseln. Das sind aber derweil alle, die ich bisher gefunden habe. Ah, Leute. Da haben wir eine Schatzkapsel. Die ist nicht leicht zu finden. Verschneiter, Teleporter. Wir sind hier oben, aber wirklich on top obendrauf. In dieser kleinen, lustigen Höhle. Mit diesem Mini-Eingang. Wir sind wirklich on top. So, Leute. Wir sind auf der Suche nach einer weiteren Kiste. Und dafür verfolgen wir hier diesen Ort. Wir sind ungefähr hier. Und jumpen hier unten auf diese Plattform. So. Denn uns fehlen nur noch zwei Kisten. Und die werden wir jetzt auch noch looten. Da sehen wir sie schon. Ich habe extra gewartet, bis hier dieser Aurora-Weg verfügbar ist. Damit wir hier nicht in die Tiefe stürzen. So, hallo. Polarlichterkiefer. Oh, nice. Und dann suchen wir die letzte. So. Unser Ziel ist es jetzt, on top of the hill zu kommen, Leute. Mal gucken, ob wir das denn schaffen. Mit dieser epischen Musik. Ah. Nein, 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 nein. Yes. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Sowas nicht geplant, aber... Sieht gut aus. Und da haben wir schon die letzte unserer schönen Schatzkapseln. Volltreffer-Modul. Oh, nice. Was bist du? Ganz oben on top. Sehr nice. Jetzt haben wir auch alle Kisten gesammelt, die es hier im Pulverschnee... auf den Pulverschnee-Knippen gibt. Sehr nice. Leute, ich hab da grad was blitzen sehen. Nämlich eine Schatzkapsel. Sehr nice. Goldene Angler-Statue. Hier oben beim See. Da glitzert und glänzt etwas. Und wir werden fast abgestürzt. Sehr nice. Die letzte Schatzkapsel. Stein-Eier-Lampe. Cool. Wir sind hier. Und haben alle Schatzkapseln. Jetzt geht's nochmal hier rüber. Und dann hoffentlich beenden wir das Ganze. Okay, Leute. Wir sind gerade... Hier unten sehen wir den Strand. Wir sind hier. Bei so blauen Bäumen. Da ist grad das Pilzgebiet hinter uns. Und... Oh Gott. Hier... versteckt sich eine Schatzkapsel. Goldene Hoppel-Statue. Oh, voll süß. So, Leute. Hier ist dieser riesige... Schlitzöffnung. Wo auch immer. Der alles teilt. Und wir... gehen hier hoch. Denn... Wie ihr seht... befindet sich da hinten... eine kleine Statue. Die wir noch füttern müssen. Sehr nice. Und dann... schmeißen wir uns hier nach unten. Also die Statue ist hier. Und wir machen hier einmal... Geronimo... Wartet. Hier. Und sind ein bisschen unterhalb. Und erkunden weiter den Untergrund. Mit... einer weiteren Schatzkapsel. Volltreffer-Modul. Volltreffer-Modul. Und das war's. Last but not least. Wir haben alle Schatzkapseln gesammelt seit dem Update. Also sehen wir uns gleich in der Base wieder. So, Leute. Zurück in der Base. Erstens habe ich den Teleporter hier aufgestellt, um ins Eisbiom zu kommen. Nur so zur Info. Und dann gucken wir uns nochmal an, was wird denn alles... Haben wir eigentlich wieder ein neues Ei? Oh ja. Jetzt seht ihr, das Ei leuchtet. Leuchtet es noch? Äh... Ja. Uh, es war sogar ein frisches Ei. Wir hatten Glück. Sehr nice. Was sind wir nur für Glückspilze heute? Das waren alle? Jo. Dotti, wie geht's dir? Love you. Ja. Jetzt müssten wir alles Mögliche erledigt haben. Eigentlich, was im neuen Update so verfügbar war. Ja, ich hab hier wieder ein paar pinkes Slimes. Hallo? Shit. Nicht essen, nicht essen, Leute. Könnt ihr das überhaupt essen? Ich weiß nicht. So. Alles rein in die Maschine. Jo. Ich glaub, wir haben... Was passiert hier? Ach so, das Teil macht das Geräusch. Ja, wir haben alles erkundet, was man nur erkunden kann. Wir hätten jetzt sicher noch ein paar Upgrades, die wir erledigen können. Oh Gott, wir brauchen Schleimfossilien. Hier, wir können hier noch weiter aufrüsten. Hier können wir weiter aufrüsten. Sehr nice. Tank schon. 60% schon. Das hat mir übrigens schon den Arsch gerettet, weil ich bin schon gestorben mit dem Goldplot im Inventar und hab ihn trotzdem behalten. Ne, nicht mit dem Goldplot, mit dem Sonnensaft. Aber das war trotzdem. Ah, wir könnten jetzt hier ein besseres Modul haben, aber dafür brauchen wir Goldplot. Den hab ich leider überhaupt nicht. Naja, gut. Dann haben wir im Grunde alles Upgraded, was so geht. Außer das hier. Das wär auch noch cool. Aber bis zum nächsten Mal schaffen wir das schon. Wir haben ziemlich viele neue Items bekommen. Ziemlich viele neue. Ist das ein deutscher Satz? Ja. Und extrem viel Deko. Oh, ich liebe diesen Baum. Ich würde auch gerne die Snow Globe machen. Dafür brauchen wir aber noch mehr Dotter. Und diese Dings. Und das, was eine Lampe ist. Aber ja gut. Wir haben ziemlich viel. Die Goldstatuen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber da gut. Leute, wir sind unten im Labor. Ich hab ein paar Ressourcen gesammelt. Wir werden noch kurz das Energiemodul uns gönnen für 275. Richtig nice. Dann ist das einzige, was wir immer noch nicht haben, das. Aber ich finde einfach keine Goldplots. Das muss wohl warten. Bis zum nächsten Update. Ja, das war's. Wir sehen uns auf jeden Fall in Slime Ranger wieder, wenn es neue Upgrades gibt. Ja. Und dann werden wir hier gucken, was hier noch so abgeht. Also, bis dahin. Ciao.